Hallo miteinander. Es ist so etwas Schönes, wenn man auf dem Schreibruch ein Stück aussuchen darf und sagen, das hätte ich gerne. Und nachher wird das angehängt an Kranen. Dann wird es hochgezogen. Wenn es hochgezogen wurde, wird es mit dem Lastwagen weitertransportiert, damit man sogenannte Ummassplatten schneiden kann. Die sind zwischen 16 und 18 cm dick. Und wenn man Ummassplatten geschnitten hat, gibt es nachher noch einzelne Stücke, die man aus dieser Ummassplatten ausschneidet. Wenn ihr seht, habe ich ein Stück ausgelesen, die einen relativ hohen Grauanteil drin haben. Manchmal haben wir etwas mehr beige, manchmal etwas mehr grau. Hier ist es etwas mehr grau drin. Warum grau? Weil genau grau ist das Geniale. Wenn man haut ins Dunkelgraue, wird es nachher viel heller und weiss, dass es einen wunderschönen Kontrast gibt, wenn man schlussendlich ein Motiv klingt.